Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüther, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Am 11. November 2021, also vor knapp zwei Jahren, bestätigte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas, natürlich auf Vorschlag des Präsidenten Xi, den schon vorher erobenen Anspruch, dass das Land bis 2049, also dem 100. Jahrestag seit der Etablierung der Volksrepublik China, zur größten Volkswirtschaft der Welt geworden sein soll. Nun ja, richtig ist, die Entwicklung nach der Reform von Deng Xiaoping Ende der 70er Jahre war rasant, das Land senkrecht aufgestiegen. Aber seit den brutalen Lockdowns zur Bekämpfung von Corona ist das Land irgendwie, habe ich meinen Eindruck, außer Tritt geraten. Und es ist auch kein Zufall, dass unter den Stichworten Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung, exorbitante gesamtwirtschaftliche Verschuldung und ja, ein extrem überdehnter Immobiliensektor heute von einer Japanisierung des Landes gesprochen wird. Nämlich die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass vor, sagen wir mal, gut 30 Jahren alles das, was China zugeschrieben worden ist, Japan zugeschrieben worden ist. Es war völlig klar, das, das und das. Und dann kam die Immobilienblase und seitdem tümpelt Japan vor sich hin und China hat einige Probleme, die Japan auch hat. Und deswegen meine Frage, ist das jetzt nur eine vorübergehende Wachstumsschwäche, in der sich China befindet oder poppen da strukturelle Probleme oder Versäumnisse auf? Also Bert, ich finde den Begriff der Japanisierung ganz hinreichend wichtig, weil er nämlich deutlich macht, dass es hier mehr geht als um ein konjunkturelles Phänomen. Das war ja die erste Vermutung. Das passt jetzt nicht so, dass man aus der Pandemie doch wieder so rausspringt, muss man ein bisschen Konjunkturprogramm machen. Nein, es sind tiefergehende strukturelle Faktoren. Du hast wesentliche davon genannt. Die Demografie ist eine, das ist die große Ähnlichkeit mit Japan. Das ist ja lange übersehen worden. Jetzt häufen sich die Prognosen, wo das hinführt. Und man sieht im Übrigen auch, wenn man einmal so eine Politik gemacht hat, wie die Ein-Kind-Politik, dass sich Familien, dass sich private Haushalte darauf einstellen. Nein, man kann die Geburtenzahl runterprügeln, aber hoch kriegt man sie kaum. Es ist schwierig. Selbst in Deutschland, wo wir die Erfahrung haben, dass ja nicht geprügelt, sondern durch den Pillenknick der 60er Jahre, dann das Phänomen nach der Wiedervereinigung in neuen Ländern, wo sie auf eins oder noch darunter ging. Und dann hat sich das aber wieder Richtung 1,4, 1,5 normalisiert. Aber mehr ist auch nicht drin. Die Befragungen zeigen, dass etwa die gewünschte Fertilitätsrate eher bei 1,7 liegt. Das ist aber keine große Differenzierung. Aber für China ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass sich einfach private Haushalte, Familien in ihren Vermögensdispositionen, in ihren Ausstattungsmerkmalen, in ihren Einkommensströmen darauf einrichten. Deswegen ist eher davon auszugehen, dass die Geburtenrate weiter niedrig bleibt bei etwa 1 oder etwas über 1. Und sie ist ja auch nochmal seit 2015, als die Ein-Kind-Politik aufgehoben wurde, Zwei-Kind-Politik, jetzt wird ein Dreikind. Ich meine, deswegen meine ich ja nicht drei Kinder, sondern es ist runtergegangen. Das heißt, die Gesellschaft steht einmal hier in der schwierigen Voraussetzung. Das zweite Thema, Immobilien ist ja eng damit verwoben. Wir haben eine hohe Bindung der Haushalte in ihren Immobilien. Wir haben da Schulden veraufgenommen, Eigentum erworben. Und jetzt gibt es möglicherweise Neubewertungsfolgen, sodass das auch nochmal erhebliche Konsequenzen für die privaten Haushalte in ihrer Vermögenserwartung haben kann. Und bei dem Immobiliensektor, ich meine, das ist ja legendär, das ist auch lange übersehen worden. Du hast ja tolle zentrale Planung, wo irgendwelche Städte hin sollten, wo aber keiner wohnt. Die Städte sind aber da. Die sind da, aber die Wanderarbeiter kann ich nicht steuern. Also die wandern halt dahin, wo die Einkommensperspektiven hoch sind. Und das hilft ihnen, eine leerstehende Wohnung. Aber wenn dort keine ökonomische Kraft vor Ort ist. Und im Übrigen sieht man auch, auch dort Fehlallokationen von Kapital, dass wir große Millionenstädte, 12, 13 Millionenstädte haben, mit völlig inadäquater Infrastruktur. Also zwei U-Bahn-Linien oder so. Also wo du eigentlich die Bevölkerung auch gar nicht richtig organisieren kannst. Und das sind Dinge, die im Augenblick greifbar werden. Und meine These ist auch immer, dass auf Dauer eine marktwirtschaftliche Steuerung nicht sich wirklich auswirken kann im positiven Sinne, wenn der Staat so interveniert, wie es in China tut. Ob das Interventionen im Kapitalmarkt sind, ob es das mal eben runterprügeln von Technikunternehmen sind, die ihnen dann irgendwie obskur vorkommen. Das heißt, das, was wir eigentlich brauchen in der weiteren Entwicklungsphase, das Öffnen von Märkten, das Öffnen wirklich von Einzelentscheidungen, Innovationen aus der Breite der Gesellschaft und der Ökonomie, das findet ja eigentlich faktisch nicht statt. Also wir kennen ja aus der Entwicklungsökonomie auch den Begriff der Middle-Income-Trap, dass so ein Anfangsaufstieg möglich ist. Da ist viel Infrastruktur getragen, viel Großindustrie getragen. Das ist dann auch exportorientiertes Wachstum oder exportgetragenes Wachstum. Das ist ja für China auch greifbar. Die Integration in die Weltwirtschaft hat verschiedene Phasen gehabt, mit Billigprodukten, dann mit Technologieprodukten. Aber im Grunde in der Breite eine marktwirtschaftliche Steuerung zu organisieren, ist eine andere Frage und deswegen bleiben da auch viele hängen. Und das, glaube ich, ist auch eine zweite Beschreibung neben der Japanisierung, mit der Middle-Income-Trap, dass China tiefgehende strukturelle Probleme hat. Könnte es sein, dass China jetzt die BRICS-Staaten so nach oben schiebt und da möglicherweise eine neue Gruppe, einen neuen Kordon zu schaffen, die sich aufstrebender, aber nach wie vor nicht hochentwickelter Staaten sich zusammenschließen? Könnte das vielleicht ein Weg sein, um das geopolitische Gesamtgewicht und auch möglicherweise die Auslandsperspektiven zu erweisen, dass das dahinter liegt? Also ja, das kann ich mir vorstellen. Nicht in der Erwartung, dass die auf einmal gute Freunde mit Indien werden. Das hat man ja auch bei den BRICS-Gipfeln jetzt in Südafrika gesehen, dass der Herr Modi in seinem Flugzeug sitzen geblieben ist, weil Ramaphosa nur irgendeinen Minister geschickt hat und der mich zeitgleich Xi Jinping zum Staatsbesuch begrüßte. Und dann ist der so lange darin sitzen geblieben, mit dem Vizepräsidenten geschickt. Also irgendwie ist das alles auch ein bisschen lächerlich, wenn es nicht so ernst wäre. Aber ich glaube, diese Geschichte mit den BRICS ist vor allen Dingen eine, die in der Summierung halt ein Gegengewicht beschreiben soll, wie du es nennst. Und natürlich auch Skalierungsräume eröffnet. Also das Stichwort nicht mehr über SWIFT beispielsweise die Zahlungssysteme zu haben, sondern über dieses ZIPS, das, was die Chinesen dort entwickelt haben, das Cross-Border-Interbank-Pendance-System. Genau, eine End-Dollarisierung. Genau, eine End-Dollarisierung, aber vor allem auch über Infrastrukturen. Und das ist natürlich etwas, was sie auch nutzen, wenn wir zeitgleich versuchen, über den Ausschluss aus SWIFT Sanktionen zu verhängen. Das heißt, da schwächen wir das System, wo es eigentlich wirken soll. Also ja, ich glaube nur, das ist auch kein einfacher Gang. Ich meine, man hat einen Staatspräsidenten, der einen ins Gefängnis gehört, Kriegstreiber. Dann hat man, wie wir haben das immer gesagt, Indien war mittlerweile fast die gleiche Bevölkerungssituation, aber irgendwie immer der Rising Star. Immer, seit 50 Jahren immer die kommende Nation. So, und dann hast du Brasilien mit schwierigen sozialen Strukturen, politischen Verwerfungen, wo die Entwicklung auch nicht einfach ist. Und über Saat Afrika und deren Probleme kann man auch hinreichend lesen. Also insofern ist das jetzt auch nicht, das merkt man auch so, wenn man genauer reinschaut, wie es abgelaufen ist. Das ist nicht harmonisch. Aber das chinesische Motiv ist sicherlich, würde ich so deuten, wie du es auch genannt hast. Das scheint mir schon plausibel, dass man sagt, im Grunde muss ich ja einen größeren Rahmen schaffen. Ich meine, man muss sich einfach klar machen, das ist nicht so lange hin. 2030, 2035 haben wir alten Quotienten, die liegen höher als bei uns. Ja, nun muss man sehen, Sie haben natürlich schon eine Reserve. Aber also das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt bei Männern bei 60 Jahren, bei Frauen bei 50 Jahren, bei Industriearbeiterinnen bei 45. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und ich wage die Prognose, an dieser Schraube wird man drehen. Das ist völlig klar. Aber lass mich einen nur empfehlen. Ja, das hat aber wiederum negative Rückschläge. Denn wenn die Großeltern nicht zur Kinderbetreuung zur Verfügung stehen, Die sind ja relativ jung und können es jetzt noch. Könnten es eigentlich. Dann aber im Erwerbsleben bleiben und das dann nicht können, habe ich natürlich wiederum einen geringeren Anreiz, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Denn die Frage der Betreuungsinfrastruktur ist ja auch nicht wirklich geklärt. Also insofern, das mag helfen, da bin ich auch völlig bei. Das werden die auch irgendwann machen müssen, weil das wäre ja alles absurd. Aber es ist nicht so, dass die damit in eine völlig andere demografische Situation hineinlaufen, dauerhaft. Könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Es ist ja auch so, wenn wir mal den Vergleich zwischen Japan machen. Der japanische Aufstieg ist ja nicht urwüchsig marktwirtschaftlich getrieben worden, sondern war letztlich, wenngleich Japan sich als Marktwirtschaft geriert, eine staatliche Veranstaltung. Und der chinesische Aufstieg ist auch eine staatliche Veranstaltung. Man spielt doch dort nur Marktwirtschaft. Und eigentlich sollte das doch vielleicht der chinesischen Führung zu denken geben. Die sind ja sehr geschichtsbewusst. Und ein Blick über die Grenzen könnte hier helfen, dass man eben nicht die gleichen Fehler macht wie Japan. Ja, naja, man kann natürlich sagen, in der ersten Phase war das ja auch durchaus erfolgreich. Ich meine, die ist legendär, wie in den 50er, vor allem auch in den 60er Jahren, aus Japan Mitarbeiter von Unternehmen kamen, hier bei uns sich die Blaupausen der alten Pläne angeguckt haben, mitgenommen haben. Das war der erste Schub der Industrialisierung. Dann haben sie über MITI, also das Industrie- und Technologieministerium, was ja in Deutschland auch wieder groß mal in den 90er Jahren herausgestellt wurde. Das muss man auch noch alles machen. Ja, in Frankreich hieß das Planifikation. Genau, da hieß das so. Aber im Kern ist natürlich, würde man immer sagen, wir haben in Japan eine andere Situation, da Kapitalmärkte und so weiter. Aber der Punkt ist in der Tat, was lernen die Chinesen eigentlich? Und das ist in der Verblendung, dass sie 2049, du hast das Ziel zitiert, die größte Ökonomie der Welt sein wollen. Den 100-jährigen Jahrestag der Etablierung. Führt natürlich dazu, dass man sich dann auch gar nicht in der Not sieht, aus dieser Hybris, von anderen irgendwie lernen zu müssen. Und man übersieht auch die Probleme, die man seit langem hat. Also ich erinnere mich an die Diskussion in den 90er Jahren, als ich damals beim Sachverständigenrat war und wir haben uns mit China befasst, dann gab es immer der Hinweis, naja, die müssten mal in die Staatsunternehmen ran. Die Staatsunternehmen verkrustet, ein Riesenproblem, absorbieren natürlich auch durch ihre Marktposition Raum für marktwirtschaftliche, Dynamik anderer. Gleichzeitig waren viele soziale Leistungen an die staatlichen Unternehmen gebunden. Also der Transfer dieser an eine staatlich dann definierte Sozialversicherung, das war eine Diskussion, der hat vor 30 Jahren. Und das Gleiche liest ich jetzt wieder. Jetzt geht es wieder um die Frage der Staatsunternehmen. Irgendwie habe ich das alles schon mal gelesen und wundere mich, dass wir das so übersehen konnten oder dass es nicht weiter thematisiert wurde. Die Frage ist ja letztlich, wie reagiert, was du hier anregst, wie reagiert eigentlich die politische Führung in China? Ich meine, man kann jetzt sagen, wenn denen doch Menschen fehlen und sie haben zusätzlich ja auch noch eine leichte Nettoabwanderung. Auch das gilt ja. Also es ist ja nicht attraktiv, offensichtlich dahin zu gehen. Dann ist ja die Frage, eigentlich müssten sie ja liberaler werden. Eigentlich müssten sie eine entsprechende Familienpolitik, Bildungspolitik, Integrationspolitik für Zuwanderer machen. Da sind sie aber auch sehr restriktiv. Und dann ist die andere Politikperspektive, das über Repression zu machen. Ich glaube nicht, dass es lange gut geht, aber Xi Jinping scheint ja auch diesen Weg des repressiven Verhaltens durchaus als einen Ansatz zu sehen. Also die Antwort müsste eigentlich, wenn man Bevölkerungsschrumpfung hat, in der Attraktivität Standorte zu investieren. Gut, aber wenn, ist ja interessant, wir beide sind uns hier in diesem Punkt ja ziemlich einig. Aber offensichtlich scheint diese Erkenntnis auch bei den von dir repräsentierten Unternehmen nicht ganz durchgesetzt zu sein. Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro beziehen. Und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommerangebot einmal anzusehen. Und zwar unter www.handelsblatt.com slash summer special. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Die Attraktivität des Standortes China für deutsche Unternehmen ist ja nach wie vor ungebrochen. Lesen Sie keine Zeitungen? Naja, also wenn man mal anschaut, wie beispielsweise die Investitionen jetzt stattfinden, sind das ja auch Investitionen, die gerade dem Resilienzgesichtspunkt auch folgen. Weil man auch in China natürlich andere Antworten dann finden muss. Die Frage ist wirklich, wie stark ist die Abhängigkeit? Wenn man mal auf die Zahlen schaut, als einen Indikator der Anteil an den Vorleistungen, die wir aus China beziehen oder vorerst in den Inländischen, dann stellen wir fest, dass Deutschland da nicht besonders herausragt. Wir haben Abhängigkeiten. Gut, Japan, Russland liegen einfach näher. Aber auch die USA insgesamt oder UK, die sind nicht sehr viel anders. Insofern muss man immer genau aufpassen, es stimmt dieses Narrativ eigentlich, dass dann immer so mitgeführt wird, dass die deutsche Wirtschaft besonders abhängig ist. Ja, wir haben von der Nachfrage aus China in besonderem Maße profitiert. Wir haben dort auch investiert. Wir sind sozusagen in diese Wertschöpfungsverlegung hinein. Wie Automobil und Chemie sind wir auch schon. Ja, schon. Aber die Frage ist ja immer, ist es wirklich Außenwirtschaftliche Abhängigkeit, die da betriebswirtschaftlich begründet wird? Oder sind Unternehmen handlungsfähig? Also ich tue mich immer mit diesem Vorbruchsargument schwer. Denn am Ende heißt das ja, dass auch die Kontrolleure der Unternehmen, die Aktionäre, die Eigenkapitalgeber nicht aufgepasst hätten. Und also soweit ich das einschätzen kann, ist das ein ständiges Thema. Dass man Märkte nicht ignoriert, die hohe Dynamik haben, ist glaube ich ein ganz richtiger Punkt. Auf der anderen Seite weiß jeder auch, die Investition darf nur so weit gehen, dass wenn sie obsolet wird, den Laden nicht umwirft. Das muss das betriebswirtschaftliche Kalkül sein. Ich glaube, dass wir da so viel erfolgreicher waren als andere, hat einfach mit unseren Spezialisierungsmustern zu tun, die da auch in hohem Maße gewirkt haben. Die Industrie, die diesen Prozess begleiten konnte. Also ich nehme mal noch eine andere Seite des Pessimismus für mich in Anspruch. Bislang bestand das Geschäftsmodell der Kommunistischen Partei, das heißt der Regierung ja darin, sagen wir mal, staatsbürgerliche Rechte zurückzudrängen, um den Preis wachsenden Wohlstands. Das war doch das Geschäftsmodell. So, wenn wir jetzt aber in eine Krise hineinlaufen, wird das ja nicht funktionieren mehr in dem alten Maße. Könnte es dann nicht sein, dass man, was man dann üblicherweise macht, einen militärischen Konflikt initiiert, um das Volk, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen? Haben andere Länder praktiziert? Ja, aber das ist ja jetzt reine Spekulation. Wir sind beide nicht in der Lage, das mit einer Prognoseaussage zu unterlegen, dass das eine gewisse Plausibilität für sich hat. Ja, aber es hat natürlich auch hohe Kosten. Man muss einsehen, die chinesische Volksarmee oder wie die heißt, Volksbefreiungsarmee hat ja nie in den letzten Jahrzehnten irgendwelche Waffenerfahrungen, Waffengang-Erfahrungen gehabt. Und die, die sie hatte, selbst der Grenzstreit mit den Russen, das hat eigentlich eher kein schlechtes Licht auf die chinesische Handlungsfähigkeit der Armee geworfen. Also insofern bin ich mir da nicht so sicher, dass die natürlich jetzt versuchen mit Auslandsstandorten, Djibouti jetzt in Kambodscha, für ihre Marine da positionieren. Das ist eine Machtabsicherung. Ich glaube, das ist ein Vorgriff auch auf die Wahrnehmung, dass man demografisch eher verliert. Vielleicht werden wir am Ende mal feststellen, also wir nicht, sondern die dann irgendwann in 100 Jahren rückwärts gucken, dass die USA demografisch stabil geblieben sind, Europa gealtert ist und geschrumpft ist und noch viel stärker China gealtert und geschrumpft ist und das nochmal die Karten ganz neu mischt. Aber ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich meine, die Amerikaner sind ja, wenn man rückschreit, auch nicht eindeutig in dem Bezug auf Taiwan. Das ist 1970er Jahre gewesen. 1971 hat die Volksrepublik den Sitz von Taiwan in der UN bekommen. 1979 haben die USA diplomatische Beziehungen aufgenommen anstelle Taiwans. Sie haben ja eigentlich so eine Art Ein-China-Politik. Sie haben die Ein-China-Politik anerkannt. Und jetzt praktiziert man eine andere Politik. Und deswegen kann man ein gewisses Unmissbehagen in Peking schon verstehen. Ja, wobei das auch von Anfang an nie klar war. Denn sie haben im selben Jahr, wo sie die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik statt mit Taiwan aufgenommen haben, im US-Kongress auch den Taiwan Relations Act als Basis für ein Verteidigungsbündnis verabschiedet. Also das war von Anfang an nicht so ganz klar. Man hat gesagt, Ein-China-Politik, aber irgendwie gibt es da irgendwie noch was. Ich meine, das Problem, glaube ich, aus chinesischer Sicht ist, dass die Bevölkerung in Taiwan nicht mehr in derselben Weise, wie das noch unter Chiang Kai-shek und dem Kürmien-Tang war, gesagt hat, wir sind auch China. Sondern die haben sich im Grunde... Davon emanzipiert. Abschrecken, sie haben sich auch abschrecken lassen, zu Recht von dem, was in Hongkong passiert ist. Das heißt also, deren Perspektive irgendwie mal ein geeintes China zu haben, ist nicht mehr so sehr da, wie es bei den Festlandchinesen noch da ist. Und das ist diese Spannung, die die da unten haben. Am Ende werden wir das nicht beurteilen können, was da wirklich künftig passiert. Das Risiko ist es. Letztlich löst es aber kein Problem. Das erleben ja nun gerade auch die Chinesen an dem, was die Russen gemacht haben mit dem Krieg gegen die Ukraine. Nichts wird besser in Russland. Die Dinge werden schlechter. Die BIP-Zahlen sind eine reine Täuschung in der Militärökonomie. Der Konsum darf oder wird schwieriger. Alte Modelle werden hergestellt. Das ist eigentlich alles kein Zukunftsbild. Also insofern denke ich, das Risiko mag bestehen. Aber es führt ja nicht daran vorbei, dass man den Menschen in China trotzdem ökonomisch was anbieten muss. Und wenn du das im Augenblick anschaust, Immobilienmarkt haben wir erwähnt, Außenhandel rückläufig, Wirtschaftswachstum anehmisch, 21,5 Prozent fast Jugendarbeitslosigkeit. Das Verbrauchervertrauen ist ziemlich im Eimer. Und da ist auch beim Konsum nichts erkennbar. Das ist ja seit einem Jahr im Grunde negativ. Die Stimmung ist wirklich schlecht. Wir haben Verbraucherpreisindex minus 0,3, also leichte Deflation. Und in der Summe sind die Direktinvestitionen ja auch noch auf dem Mindeststand. Also was ist eigentlich die Antwort? Im Grunde stehen die vor der Frage, dass dieses Geschäftsmittel, was du gesagt hast, neu formuliert werden muss. Das wird neu formulieren muss. Aber einen in Anführungsstrichen Vorteil haben sie. Japan war eine Demokratie und hat sich ja auch durch verschiedene Wahlen selbst isoliert und selbst gefesselt. Da hat China natürlich einen Vorteil. Wenn die Regierung ein Konzept hat, wird durchreagiert. Und deswegen sind die Chancen meines Erachtens Chinas, aus der von uns richtig beschriebenen und gerade von dir noch mal skizzierten Misere, völlig klar. Aber in diesem Fall könnte sich die Diktatur als einen Ausweg erweisen. Aber schau mal, die bisherigen Ungleichgewichte sind ja auch Ausdruck dieser so gerne in Deutschland manchmal von Unternehmern positiv beschriebenen Durchsteuerungskompetenz einer Zentralstruktur. Durchregieren. Das durchregieren, was gern gewünscht wird. Ja, ich meine, du hast ein hohes Maß an Korruption und Veränderung. Das bleibt ja das Kernthema. Ich meine, das ist über all die Jahrzehnte mit der Öffnung, die du mit Xi Jinping erwähnt hast, die der nach der großen Rede im Volkskongress im Oktober 78 begonnen hat. Die Öffnung, das war immer die Diktion damals, die Öffnung des Ökonomischen zur Marktwirtschaft. Aber sie werden immer eine Diktatur des Proletariats bleiben. Das war der Gleiche. Das kam in einem Satz. Das passt zu uns nicht. Das heißt so. Und jetzt erleben sie ja, dass die Menschen wahrscheinlich darauf reagieren. Wie reagieren sie eigentlich mit innerer Immigration? Ich kann aber mit einer Gesellschaft, die in innerer Immigration in ihren SUVs sitzt und in ihren Häusern, die Schweinegeld kosten, die sie vielleicht gar nicht mehr bedienen können, auch auf Dauer keinen Blumentopf gewinnen, um es mal flapsig zu sagen. Das heißt, die Frage ist schon, mit welcher Dynamik und mit welchen Versprechen an Dynamik geht man in die Gesellschaft hinein und sagt, was muss man dafür tun? Ich meine, wenn du sagst, was wir vorhin herausgearbeitet haben, das Rentenzugangsalter anzuheben, das wird ja bei denen auch nicht auf Freude stoßen. Das ist ja nirgends so. Das ändert ja wiederum ganze soziale Zusammenhänge und Zeitmuster in Familien. Und das muss aber gemacht werden. Und den Mut haben sie offensichtlich nicht. Also insofern ist eigentlich die Frage, worauf setzen sie? Die Andeutungen, ein paar Konjunkturprogramme werden es nicht sein. Also es wird nicht helfen. Und das konnte man ja auch bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Ende Juni erleben, wieder auch deutlich wurde, wie sie selbst sehen, dass der Aufschwung nicht kommt, den sie nach dem Ende der Pandemie-Politik erwartet haben. Und das schlägt jetzt zurück. Und ich glaube, dass das länger schwierig wird. Also insofern dieses japanische Jahrzehnt oder was immer das bedeutet, da müsste man ganz anders die Politik aufstellen. Ja, richtig. Aber jetzt müssen wir natürlich sehen, es haben damit natürlich auch massive Kollateralschäden für Deutschland verbunden. Natürlich war China die letzten 20 Jahre der Taktgeber der Weltkonjunktur. Und natürlich hat Deutschland massiv davon profitiert. Und wenn jetzt unsere beider Erwartungen, dass die Erholung mühsam wird und der alte Wachstumspfad von 4 bis 5 Prozent bis auf Weiteres nicht mehr erreicht werden kann, na ja, dann haben wir einen Teil dieser Anpassungslasten, die auf China entfallen, werden aber von Deutschland getragen. Nämlich Deutschland ist ja im hohen Maße abhängig von einem Florian in China. Ja schon, aber wenn ich mir mal die Verlagerung der Exportströme anschaue, dass von der Exportseite her die USA wieder Zieldestination 1 ist mit einem Anteil von 10 Prozent, wie schnell sich das bewegt hat und wie erfolgreich die deutschen Unternehmen dann auch sind, in den USA an dem dortigen Strukturwandel mitzutun und mitzutun, dann macht mich das nicht so richtig pessimistisch. Klar ist, ich meine, China bitte nicht wegbrechen, wird jetzt gar nichts mehr geben. Aber die Dynamik wird eine andere sein, das glaube ich schon. Und es wird diesen manchmal so wahrgenommen ungebändigten Kapitalismus so nicht mehr geben. Das heißt, es wird alles ein bisschen normaler und man wird auch feststellen, dass einfach Grenzen des marktwirtschaftlichen Systems dann sichtbar werden, wenn es nicht demokratisch eingebettet ist, wenn es keine zivilgesellschaftliche Grundlage gibt. Weil das sind genau die Dinge, die die Differenzierung von ökonomischen Modellen auch mit beschreiben und auch bei uns und Europa einen großen Vorteil markieren. Also am Ende ist aber auch richtig, das was du andeutest, China ist natürlich so groß, mit diesen 1,4 Milliarden, mit diesem Marktvolumen, wenn dann mal gesagt wird, ja dann orientiert euch mal um. Naja, wo in der Summe sollen denn die Dinge, diese Mengen kompensiert werden? Das kriege ich natürlich auch nicht hin. Ich meine, wir stellen uns dann hin und machen Mercosur-Verhandlungen über Jahrzehnte und sind wir fast fertig und dann kommt die Europäische Union getrieben auch von der deutschen Außenpolitik. Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Kriterien einbauen, die vorher nie diskutiert worden sind. Also es hängt auch sehr davon ab, wie setzen wir den Rahmen für die Außenwirtschaftspolitik und das ist ja im Augenblick eher von Hybris getragen, weil wir ja klüger, besser, moralisch überlegener sind als alle anderen. Deswegen markieren wir das auch in der Außenwirtschaftspolitik. Das wird nicht tragen und es wird auch schmerzhaft immer greifbarer, dass wir kein TTIP haben, also kein Handels- und Investitionsabkommen mit den USA. Jetzt kann man sagen, es hat im Augenblick eh keine Chance, aber wir sehen doch, wir hätten andere nochmal andere Möglichkeiten und das haben alle die mit zu verantworten, die dagegen auch aus welchen Gründen opponiert haben. Jedenfalls haben sie implizit alle im Grunde gedacht, mit China wird schon die richtige Dynamik für uns sich ergeben. Und das ist so nicht mehr, also müssen wir uns umstellen. Und das würde ich vielleicht zum Schluss auch nochmal ansprechen. Wenn also unsere beider Skepsis in Erfüllung geht, wird es, und ich hoffe, da findest du Argumente, das zu widerlegen, einen großen Verlierer geben. Nämlich Deutschland befindet sich in einem Abschwung, gleichzeitig steht der wachstumsbremsende Alterungsschub davor und, sagen wir mal, die weltwirtschaftliche Ordnung wird in der Zukunft eine andere sein, als sie in der Vergangenheit war, wo Deutschland wirklich ein goldenes Zeitalter hatte. Schlägt das nicht auch auf die deutsche Volkswirtschaft nieder und erfordert dort Anpassung wirtschaftspolitischer Natur? Das ist ein Teil der Diskussion, die wir ja mal unter der Überschrift mutig markiert haben. Deutschland wird wieder zum Krankenmann Europas. Nachdem wir das diskutiert haben, hat der Economist das ja auch als Frage wieder auf die Titelgeschichte formuliert. Als Frage, nicht als... Und Frau Schlitzer hat uns beschimpft. Ja gut, das kann sie ja machen. Aber hier geht es ja um die Frage, ökonomischer Diskurs ist ja nicht über Beschimpfen, sondern über Argumente. Und unsere Argumente waren die Demografie, unsere Argumente waren das Geschäftsmodell. Und deswegen müssen wir wirtschaftspolitisch handeln. Und das ist ja eigentlich die Aussage, die wir mal an anderer Stelle hatten. Die Transformationspolitik muss in die allgemeinen Voraussetzungen für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand eingebettet werden. Also muss man darüber nachdenken, wie man wirklich Investitionen in Gang bekommt, öffentlich wie privat. Wir brauchen eine große Steuerreform. Das ist ja im Grunde alles nicht akzeptabel. Wir haben eine Kostensituation im Strombereich, Stromsteuer, Netzentgelt. Also das sind alles Dinge, die jetzt eingreifen müssen. Und wenn das endlich mal wahrgenommen wird, dass die Zeitenwende kein isolierter Beschreibung für Russland und Ukraine ist, sondern dass sich insgesamt in der Welt die Bedingungen verändern, dann ist genau das richtig, was du sagst. Dann müssen wir ein ganzes Paket machen. Und das ist noch nicht erkennbar. Weil nämlich auch hinter unserer Konjunktur oder Wirtschaftspolitik, die wir betreiben beziehungsweise nicht treiben zurzeit, steht ja die implizite Hoffnung, dass die Weltwirtschaft wieder anziehen wird. Wenn allerdings das, was wir eingangs unseres Gesprächs über China konsensual festgestellt haben, wird es das auf absehbare Zeit nicht geben. Jedenfalls wird es keinen zusehenden Schub geben. Wir werden uns sozusagen mit den Zuständen arrangieren haben, die wir jetzt sozusagen sehen. Und dann vielleicht doch uns selbst am Schopf rausziehen, nicht? Ein bisschen. Das wäre doch nochmal ein Bild, der Mönchhausen, der sich am eigenen Schopf verzieht. Das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Von Brunnen vor Knopf, mit einer gewissen Hoffnung, aber auch mit Skepsis. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.